Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kimonymy und diese Folge wird am 1. Januar 2023 erscheinen und darum wünsche ich euch allen mal einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe ihr habt schön gefeiert, konntet den Abend genießen und sind jetzt wieder fit und könnten Tage in Angriff nehmen. Wir starten hier ein Journeyman im Football Manager 2023. Hier das ist mein Profil. Es lädt ziemlich lange, da ich sehr viele Liegen dran habe. Das werden wir dann schon noch sehen. Ja, eigentlich ziemlich lange. Ich habe hier schon mal versucht die Nachrichten raus zu löschen, dass der Startbildschirm nicht immer so lange zu laden hat. Ah, es hat nicht ausgewählt. Ausgewählt, okay. Das bin ich hier. Nils Sterchi ist mein Name, alias Kimonymy, geboren am 98.1998 in Deitingen. Ich bin aktuell arbeitslos, bin Hobbyfußball, habe keine Lizenz ausgewählt, also wirklich das Tiefste, das man haben kann. Eben, sie haben den Ruf von jemandem ohne nennenswerte Erfahrungen im Fußball und beginnen auf der untersten Sprosse der Leiter. Wenn sie von einem geduldigen Vorstand Zeit bekommen könnten, werden viele andere Vereine bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten dazu neigen, das Zepter in eine erfahrene Hand zu geben. Ich starte hier in der Schweiz, da ich auch Schweiz bin, kann Schweizdeutsch, Hochdeutsch, Englisch, die Grundkenntnisse. Und so starten wir eigentlich hier. Eben, die Attribute konnte ich nicht viel verändern. Ich bin eigentlich ein auf Jugendförderer, darum habe ich hier Technik und Nachausarbeit, noch Punkte mehr und eben auch hier bei Jungen spielen. Und wir gehen doch mal aufs Arbeitsamt und schauen mal, was es hier so gibt. Und wir werden hier nur die drehende Jobs anzeigen lassen. Das hat jetzt wirklich ziemlich lange zum Laden. Nehmen auch nur die Vereinsmannschaften. Das sollte jetzt auch schon gehen, genau. Und dann filten wir hier mal nach Nationen. Wir haben eben Ägypten drin, bis glaube ich in die dritte Liga. Algerien. Dann haben wir hier Argentinien, Armenien, Bahamas, Bahrain, Belgien, Bolivien. Da haben wir glaube ich auch bis zu dritten Ligen drin. Brasilien, Bulgarien. Die Deutschland bis in die Landesliga ist es, glaube ich. Landesliga, ja. Dann Ecuador. England haben wir bis in die National League South. Estland, Frankreich, Gibraltar haben wir drin. Glaube ich zwei Ligenstufen. Hongkong, Indonesien, Island bis in die vierte Liga. Also fünf Ligenstufen. Italien bis glaube ich in die dritte Liga Stufe. Glaube ich so viel wie mir ist. Dann Japan. Dann Kata haben wir mal drin. Einfach mal zu schauen, ob wir hier etwas auch reißen können, wenn wir halt dann extrem viel Geld haben. Dann Kroatien, Kuba, Lettland, Luxemburg, Malaysia. Dann Mexiko, Neuseeland, Nordirland. Da sind glaube ich vier Ligenstufen. Norwegen, Panama, Polen, Puerto Rico, Rumänien, Saudi-Arabien. Eigentlich aus dem gleichen Grund wie Katar. Dann Schottland, Schweden, die Schweiz. Spanien, Südafrika. Holland, Holland, glaube ich bis in die vierte Liga Stufe. Tschechien bis in die vierte Liga Stufe. Tunesien. Dann haben wir hier die USA noch drin. Venezuela und das war es dann. Also wirklich mein Ziel eigentlich mit diesem Journeyman wäre, auf jedem Kontinent eigentlich die Champions League zu gewinnen. Also das heißt dann in den Ozeaniengebiet, dann in ganz Afrika, Asien, Europa natürlich, Südamerika und dann auch noch Nordamerika. Ich glaube ich Kanada habe ich auch drin. Das können wir hier schauen. Genau und jetzt gehen wir da mal runter. Das ist Gibraltar. Eben viele Ligen habe ich auch einfach nur betrachtbar, damit wir die Liga Tabelle sehen können. Aber spielen können wir diese nicht. Ich glaube wir haben Kanada drin. Da genau. Kanada wäre spielbar. Die Canadian Premier League. Also da haben wir entweder USA, Kanada, glaube ich Mexiko ist auch noch da. Die haben wir drin. Wir haben 254.000 Spiele. Und dann starten wir doch mal in das Abenteuer. Wir haben hier immer noch gefiltert und bewerben uns mal überall. Mal schauen, wo wir überhaupt alles Angebote kriegen. Über 200 Bewerbungen verschickt. Und überall jetzt einfach entgegengenommen und mal schauen. Wer uns zu einem Vorstellungsgespräch einlädt. Da können wir auch wieder fortfahren. Sind nur die Nachrichten. Ich werde auch nebenbei eine Google Tabelle erstellen. Die werde ich euch dann zur Verfügung stellen. Da seht ihr, von welchem Team wir alles ein Angebot erhalten haben. Wie viele wir verdienen können. Welchen Platz wir gemacht haben. Und ich versuche auch Teams zu finden, die einen Social Media Account haben. Damit ich die dann auf Twitter, Instagram verlinken könnte. Und ich hoffe, das ist auch etwas, das euch gefällt. Und jetzt haben wir hier von Regis Thalinger von der Zeitschrift 12. Die ist von wo? Analytisch Zeitschrift. Okay, vielleicht ist es ein Fussballmagazin. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Er meldet sich am Telefon und hätte gerne folgende Frage beantwortet. Wollen Sie darauf antworten? Sind Sie dazu bereit, im Ausland zu arbeiten? Okay, der hat eine landesweite Reichweite. Das ist schon mal sehr gut. Also, und dann würde ich sagen, beantworten wir. Okay, sind Sie dazu bereit, im Ausland zu arbeiten? Das haben wir schon gehört. Ich wollte schon immer mal im Ausland arbeiten. Wenn also ein interessantes Angebot kommt, bin ich dafür offen. Sie haben, äh, ich habe bisher noch nicht intensiv darüber nachgedacht. Aber ja, dafür bin ich offen. Ehrlich gesagt, habe ich darüber noch gar nicht richtig nachgedacht. Okay, ziemlich neutral. Eigentlich wie das obere hier in positiven, einfach im neutralen Sinn. Ausschließen würde ich es nicht. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich weiterhin in der Schweiz arbeiten. Nein, das ist nichts für mich. Ich könnte mich nicht an den Lebensstil und die Fussballkultur eines anderen Landes anpassen. Ich würde sagen, ich bin wirklich interessiert, auch im Ausland zu arbeiten. Das sollte genug für meine Redakteure sein. Wir hören voneinander. Okay, mal schauen. Ich habe wirklich auch Interesse, im Ausland zu arbeiten. Nebennach, wegen meinem Ziel. Auslandsengagement. Sterchi wäre begeistert. Nier Sterchi hat es den jüngsten Fragen der Presse gestellt. Zwölf setzt auf der Pressekonferenz den Schwerpunkt. Journalist Regis Thalinger stellt die Frage, sind Sie dazu bereit, im Ausland zu arbeiten? Sterchi antwortet, ich wollte schon immer mal im Ausland arbeiten. Wenn also ein interessantes Angebot kommt, bin ich dafür offen. Dann schauen wir mal, was wir überhaupt für Angebote erhalten. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe, wir können ein interessantes Angebot erhalten. Ich bin eigentlich der Meinung, ich will zuerst versuchen mit einem Amateurverein. Okay. Sabah entlässt ihr Träne. In Malaysia ist das. Der höchsten malaisischen Liga. Natürlich hat jetzt auch die Ladezeit extrem lange, da ich halt auch so viele Länder drin habe. Dort Eland sucht einen Nationaltrainer. Botswana sucht auch wieder einen Nationaltrainer. Malta, das wäre auch etwas Interessantes. Eine Nation, die nicht viel Spiele hat. Auch nicht auf den internationalen Bühnen sehr stark vertreten ist. Ja, die australische U19 könnten wir auch übernehmen oder zumindest eine Anfrage starten. Die Frage ist dann immer noch, ob sie überhaupt interessiert sind. Ja, jetzt werden, glaube ich, dann einige Angebote oder Absagen reinflattern. So, vier Nachrichten. Kampen bei Kielsas. Das ist Norwegen. Die zweite, glaube ich. Zweite Liga. Ja. Das ist, nein, die dritte Liga. Okay, auf der dritten Liga. Und dann Flo bei Sognald. Auch wieder Norwegen in der höchsten, nein, in der zweithöchsten Liga. Aber die haben, glaube ich, schon wieder... Nein, die haben schon wieder einen Trainer. Oder bin ich jetzt... Aber vielleicht übernimmt der nur... Übergang... Ah, Übergangstrainer, okay. Ronin bei Levangstrainer, auch, glaube ich, in Norwegen, ja. Independiente Petrolero. Okay, das ist Bolivien. Das ist auch interessant. Die haben... Boah, die haben 3,17 Millionen Budget. Okay, die spielen ja auch in der ersten Liga. Dann schauen wir mal, was wir für Angebote halten. Es wird mich natürlich reizen, bereits einen großen Verein zu haben. Aber ich muss auch sagen, einfach... Für die Realität ist das nicht machbar. Wir müssen wirklich von unten anfangen und uns hocharbeiten. Wirklich ein Amateurverein wäre schon mal etwas. Zum ersten Erfahrungen sammeln. Natürlich hätten wir dann die ein oder andere Probleme. Da wir nicht häufig trainieren können, keine Gehälter zahlen können. Die Spiele jederzeit von einem anderen Klub abgeworben können. Aber das würde mich trotzdem ein bisschen reizen. Mal mit diesen Schwierigkeiten auch zu arbeiten. Martin bei Selfos in Island entlassen worden. Das würde mich natürlich auch reizen, so mit Island oder so ins internationale Geschäft und dann da eine Nummer zu werten. Also ich bin wirklich eigentlich daran interessiert, eine Nation voranzubringen. Wir versuchen dann wirklich eine zweite Nationalmannschaft zu machen, in den eigenen Reihen und viel auf die jungen Spiele zu setzen. Diese dann auch zu entwickeln, teuer zu verkaufen, um den Verein zu fördern, was dann auch wieder bessere Jugendspieler gibt und die es dann auch das Land verstärken können. Das ist wirklich so mein Ziel. Und eben mit jedem Kontinent einen Champions-League-Titel zu erhalten. Das ist wirklich so mein Ziel. Ich werde dann auch die Links von den Mods, die ich drin habe oder auch vom Skin, den ich von der FM2-Kette habe, dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken, sofern das möglich sein sollte. Aber das sollte, glaube ich, schon gehen, habe ich das Gefühl. Dann bin ich mal gespannt, welcher Nation dann das Ziel von uns wird. Welches Team sich dann für uns entscheidet und uns auch diese Chance gibt. In Houston ist der Trainer, Wackelkandidat. Das ist auch so etwas, ich denke, so Amerika, bin ich noch zwiegespalten, ob ich da wirklich ein Team übernehmen möchte. Ich finde einfach, das ist so eine komische Liga. Dann haben wir noch das Draft-System und wird sicher speziell und müssen wir uns dann schauen, wie wir das dann managen können. Aber bis wir da wohl ein Angebot erhalten, geht es noch ziemlich lange. Und Real Madrid will mit Pansama den Vertrag verlängern. In der Major League sind viele Trainer auf den Wackelstühlen. Ich wäre wirklich froh, wenn wir jetzt dann mal ein Angebot erhalten würden. Dann schauen wir mal, was sie so haben. Es wäre natürlich schön, wenn wir schon ein Team hätten, das ein paar Spieler hätte, damit wir auch schon mal wissen, mit was wir arbeiten müssten und nicht noch Spiele zuerst suchen müssen, damit wir überhaupt spielen können. Die Marokko U20-Mannschaft sucht auch noch einen Trainer für ihre Nationalmannschaft. Viele Nationalmannschaften haben noch keinen Coach. Youngboys wollen den Vertrag mit Fasnacht verlängern. So, früher hätte ich jetzt bei IFK Eskris Duna entlassen. Ist denn das in Schweden? In der vierten Liga, Yasimin Rosengard, auch wieder Schweden. Das denke ich mal auch wieder Schweden. Rihanna, Schweden. Fannis Borgs, FK, auch in Schweden. Das können wir eigentlich immer so ein bisschen Team-Toren, auch in Schweden, ein bisschen so gruppieren, dass das eigentlich immer ein Land ist. Um mehr. Dann gehen wir doch wieder weiter und schauen, ob wir jetzt dann mal ein Angebot erhalten. San Jose wäre ein verfügbarer Job, den wir annehmen könnten. Ja, beziehungsweise wir uns mal bewerben könnten. So, da gibt es nichts Neues. So, also. Jetzt hier haben wir den Clubsport Venezia. in Ecuador, semiprofessionell, 956 Franken Kontostand. Haben wir schon sechsmal ein Copa Pilsner. Das ist, glaube ich, dann einfach die Liga. Wir wären dann in der dritten Liga, genau in der dritten Liga. Schauen wir uns mal hier. Das war der Profil. Okay, alle Teams, die sind schon mitten in der Saison. Das wäre etwa so auf Stufe. Was haben die hier? 27. Auf Stufe von der zweiten Uruguay. Das ist, glaube ich, so 5. Liga Argentinien. Nach ihrer Bewerbung für den Posten beim Clubsport Venezia hat sich der Vorstand zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, um die mögliche Zusammenarbeit zu besprechen. Trotz der angebotenen Vorstellungsgespräche hat der Vorstand Bedenken, ob sie die Ziele des Vereins verweglichen können. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie etwas zu wenig Erfahrung daran haben, erfolgreich einen Aufstiegskampf zu bestreiten. Das Vorstellungsgespräch bietet ihnen den Rahmen, um uns von ihren Eignungen für die Stelle zu überzeugen. Außerdem bietet es uns die Möglichkeit, mit ihnen eingehend über unsere Ziele und Vorstellungen zu sprechen. Okay, das wäre dann mal in Ecuador. Keine Spiele. Dann muss ich halt wirklich sagen, das ist mal nichts für den Ersten. Dann auf Ägypten. Hier haben wir auch keine Spiele. Auch professioneller Status schon. Estrela Roya in Ecuador wieder. Auch wieder keine Spiele. Dann würde ich sagen, alle, die gar keine Spiele haben, da lehne ich das Gespräch mal ab. Das war ja auch hier. Gisborne, Frissel, AFC in Neuseeland. Amateurstatus. Haben ein Spieler. Der ist bei jetzt schon 44 Jahre alt. Okay. 2000 auf dem Konto. Wie heisst es? Gisborne. Gisborne. Aktuell auf dem sechsten Platz. Wir spielen hier dann dritte unterste Liga. Nein, zweite unterste Liga. Okay. Aber ich muss sagen, auch wenn das Amateur ist, ein Spieler, der schon 44 ist, ist mir dann auch schon zu alt. Queens Park AFC. Die haben leider ein Spieler und der ist 25. aber ich muss sagen, dann lieber nicht so ein Team, das auch schon Spiele hat. Auch das wird nichts. Auch wenn es natürlich interessant ist in der Landesliga. Amateurstatus. MS Samstar. Die haben gar keine Spiele. TSG Bad Harzburg. Semiprofessionell. Aber gar keine Spiele. VfR Eversen. Auch gar keine Spiele. Eintracht Hoekäppel. Die hätten schon mal hier ein paar Spiele. Die hätten 10 Spiele. Okay, mit denen könnte man etwas machen. Schau mal hier. Nein, nicht das. Gehen wir mal mit dem. Haben wir hier noch ein Besseres. Das ist dann nicht so. Das ist dann mit Moral. Nein, wir nehmen hier das FM Scout. Das ist ziemlich gut, ja. Das passt. Also, und dann hätten wir hier 31 gesehen. Ziemlich alte Spiele. Da, 26 ist der jüngste. Semiprofessionell ist die. Ja, genau. Semiprofessionell. Aber wir verdienen schon einiges an Geld. Aber wir haben 11 Spiele. Okay, wir haben 11. Wir haben 1,22 1000 auf dem Konto. in der Oberliga. Oberliga natürlich hier etwa auf Platz 90. Schauen wir mal. 16,1 aufsteige. Das wäre dann schon ziemlich hoch. Aber ich denke mal, wir behalten das mal noch im Augenblick in der Westfalen Liga nur 1 Spiele des 24. Das ist mir dann schon ein bisschen zu wenig. Lichtenauer FV 3 Spiele haben diese in der Verbandsliga. Vacas Torres auch nichts. Deportivo Coca die sind sicher von Coca-Cola gesponsert. Dynamis auch nichts. Auch nichts. Athenas FC in Ecuador. Noha in Lettland. Die haben 1,2,3,4,5,6 Spiele. Alle ziemlich jung. Das ist die Frage. Das ist aber schon eine Liga. Nicht eine Junioren Liga. Gehen wir mal auf die Liga. Noha. Jetzt gehen wir mal schauen. Supernova. Ist das unser Partnerverein? Spartaks. Das sieht nicht danach aus. Die haben aber eine Partnerschaft mit einem Team in der gleichen Liga. Okay. Aber das klingt bereits mal interessant. Wir wären dann ein bisschen oberhalb der Oberliga. Aber wir könnten hier natürlich noch ein bisschen weiter runter. Schauen ich mal. Okay, schon ein professioneller Status. Das ist mir dann wieder ein bisschen zu weit mindert. Also maximal semi-professionell würde ich sagen. Sonst ist es ein bisschen unrealistisch. Die haben drei Spiele drin. Amateur Island würde mich natürlich auch reizen. RB auch wieder Island die haben so eins zwei zwei haben sie hier unten noch einen die haben elf Spiele semi-professionell das würde mich natürlich auch noch reizen. Das ist nichts. Die haben viele ausgeliehen. Das ist auch nichts. colorado ist natürlich auch ein super name aber haben leider auch keine Spiele auch hier leider nichts colorado wie den Ecuador sind wir glaube ich eine kleine Berühmtheit Bulgarien nur ein Spiele und Ibera in Tunesien auch keine Spiele da hätten wir jetzt zwei Spiele in Ecuador wieder wieder in Tunesien drei Spiele hätten wir da wäre wieder ein Amateur Verein Napoli in Valencia La Familia in Ecuador Leider keine Spiele aber sonst wäre es natürlich interessant gewesen zu La Familia Wir haben fünf Spiele wie den Necredor Tunesien Tunesien Ecuador Leider Leider zu zu wenig Spiele Eintracht Münchberg auch wieder einer Test schon 37 wieder Ecuador in Ecuador haben wir viele Jobs angeboten Golden Boys ein semi-professioneller Verein leider auch ohne Spiele Specs in Lettland in der zweiten Liga die haben vier Spiele Semiprofessionell Verein dann auch wieder ein bisschen zu viel Allianze in Lettland wieder Amateur Status einer der ist schon 51 ein Engländer Justin Valley wo hat denn der schon alles gespielt in Italien in Turks und Kakua Inseln und dann ist er auf Lettland gekommen 2016 von Italien nach Turks und Kakua als Insel und dann nach Lettland das ist auch ein Wertegang Kraslava wieder Lettland Aquaroscorpion FC Spathos Alia Sport in Tunesien da hatten wir gar keine Information sondern auch hier nicht Michigan wie auch sagt CS Hasegu auch wieder Tunesien Thala Sport auch in Tunesien leider keine Information Krehan Tunesien Villa Real Societat in Bolivien Argentiners Junior ein Spiele OS Chen leider auch nichts auch nichts Tunesien Tunesien da haben sie alle keine Spiele oder einfach nicht in dieser Liga MSC Preußen 1899 leider auch ohne Spiele Bell Beis in Ägypten wieder Ägypten oh die haben 10 Stück wobei diese alle an einem Transfer interessiert sind außer Emanuelle Kabogi oh die haben einen 19 Jähriger wie viel verdiente 124.000 mit 32 Jahren das ist ja mal etwas aber das ist glaube ich nicht etwas für mich die sind auch schon auf professionellen Status ich sehe jetzt mir nur noch die Status an semiprofessionell keine Leute äh das sind ja das ist immer professionell Schaka Atmaton Sporting Kassel Abu Kabir MS MS ABU Test in der Schweiz gibt es einen Unterricht in der Berufsschule der nennt sich ABU ist eine Abkürzung für allgemeinbildenden Unterricht und ein Test das wisst ihr selbst könnte man meinen es kommt von da MS Italy die haben alle auch fast die gleichen Namen denkst du denkst dir auch jedes mal du spielst gegen eine Reserve oder gegen eine Jugend Mund Tatsa wie in Ägypten MS Atza 6. Oktober das ist auch mal ein Name für ein Team zwei Spiele in Ecuador Pro Praxis Leider keine Spiele Inter Mousin Liverpool in Ecuador, Team Santa Rita, Atletico Ecuador, Alianza Berlin, so wir haben noch 36 Angebote vor uns, Bolivien, aber die sind schon professionell, SV Helmstein, leider keine Spiele, aber sehr jung, so schauen wir trotzdem mal hier, da haben wir leider nichts drin, aber das wird nämlich auch noch reizen, so in der Landesliga, Mittelrhein, geschätzter Wert, 16, Medientipp, letzter, ich behalte mir das mal offen, wir können uns den Spielen dann ja einfach einen Vertrag geben, Bandsliga Hessen, ist näher gegründet da, mal nichts, Hamburger TS, zwei Spiele, der Rest nicht in der Landesliga Hamburg, wie alt sind die Spiele, die sind schon relativ alt, das ist auch mal eine ETSV Hamburg, okay, die hätten jetzt etwas Potential, die hätten wirklich eine lange Tradition, das wäre wirklich etwas, die haben hier eine 21-jährige Torhüte, das ist wirklich interessant, dann nehme ich hier den Heldstein weg, TSV Münchröten, 1869, wo spielen die in der Landesliga Bayern, das wäre natürlich auch etwas, schauen wir da schnell, die haben natürlich schon hier ein Spiele, Tipp 16, okay, dann nehmen wir hier diese und das lehnen wir ab, SV Buckenhofen, Niedersachsen, Türen, FSV Tangemünden, leider auch nicht. Jetzt gehört ein RFC, Radfelder SV, SV Holndorf, Türen, Tüksport Dortmund, vom Hermsberg, Hordny, ein semi-professioneller Für員 aus Tschechien, Al-Hilal Aswan, wieder aus Ägypten-Syut, dann kommen wieder diese MS-Vereine aus Ägypten-Genius. So, dann würde ich sagen, machen wir hier noch die Vorstellungsgespräche. Hallo Nils, wir haben Sie heute eingeladen, um Ihnen unsere Vorstellungen über die Vereinsstrategie vorzulegen. Für den Fall, dass wir Sie einstellen, geben wir Ihnen hiermit die Möglichkeit, Änderungswünsche vorzutragen. Lukas Peter, der Vorstandsvorsitzende, führt dieses Interview mit uns. Es ist toll hier zu sein, legen wir los. Es scheint, als würden Sie sich gerade für einige Jobs behalten. Gehen Sie einfach auf Nummer sicher. Ich gebe zu, dass das keinen guten Eindruck macht, wenn ich den anderen Verein für eine ernsthafte Chance auf diesen Job absagen muss. Dann werde ich es tun. Ich versuche alles, was ich kann, um weiter voranzukommen. Ich wege bloß meine Optionen ab. Es ist doch normal, dass man mehrere Neisen im Feuern hat. Das geht niemand anderem etwas an. Ich glaube, wir suchen hier den Ausgleich. Wir würden gerne unsere Vision für die Zukunft des Vereins mit Ihnen teilen, da der neue Trainer für die Realisierung dieser Ziele verantwortlich wäre. Wenn Sie dazu etwas loswerden möchten, ist jetzt die Zeit dafür. Okay, auf und abseits das Blatt verbessern. Den Klassenerhalt, konkurrenzfähig im bayerischen Pokal. Also, und einfach nie absteigen. Das, denke ich, wird machbar sein. Wir haben die Zielsetzung Klassenerhalt. Halten Sie das für machbar oder können Sie sogar mehr erreichen? Ich würde mal sagen, nicht zu hoch. Das halte ich für angemeste Zielsetzung. Gibt es irgendwelche Anliegen, die wir prüfen sollten, wenn wir uns entschließen, Sie einstellen? Nein, danke. Das ist das Erste alles. Vielen Dank für das Kommen. Wir bleiben in Kontakt. Also, das ist mal der TSV um den Schröden. Wir haben jetzt da die anderen Vereine. Warum sehe ich diese jetzt nicht? Das wäre ja da, glaube ich, so weit unten oder nicht. Das war doch auch noch unser Club. 10, ja. 10, 11, genau. Das war nochmal unser Club. Aber wieso hat er dies jetzt abgelehnt? Okay. Und ich werde schauen, ob wir noch andere Angebote erhalten. Aber ich denke, für das Erste ist es das. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.